Wir denken alle, die sind schwul, oder? Weißt du, wie lange ich schon immer auf dem Pflichtpitz war? Alle hoffentlich pflichten die Scheißkamera nicht aus der Hände, da hab ich wirklich keinen Bock drauf. Boah, mir wird echt geschwindelig. 31. Mai! Daily Booze. Wunderschönen guten Abend. Und herzlich willkommen. Drei Mal dürft ihr raten, wo wir sind. Aber du scheiß Fliegel ist. Und zwar, wieso? Wir werden gerade für euch schlecht. Oh Gott. Wieso machen wir das Video? Wir haben eine neue Info für euch. Am 31. Mai. Ich kann überhaupt nicht mal labern. Und zwar am 31. Mai. Film Daily Booze. Festung rockt. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist, aber wir machen das. Oh, da geht es hier hoch raus. Da wollen wir einfach mal sagen. Oh, ich fall aus dem Stuhl, Alter. Wo ist der? Ey, Flo, kommst nicht. Guck, lang drauf. Wo ist der? Alles klar. Sag was, Flo. Konzert. Wie geht's dir, Flo? Na gut. Oh, ich hab mich kaum berührt mit meinem Fuß. Ja. Oh Gott. Also wie gesagt, am 31. Mai. Wow. Am 31. Mai filmen wir Festung rockt. Daily Boost. Das wird cool. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch alle da seid. Natürlich werden wir euch damit einplanen. Oder irgendwie sowas. Was folgt noch mit unserem Plan? Nächste Woche, am 26. April. Ist schon April. Ja. Am 26. April filmen wir das Rathauskonzert mit der Christian Luther Band. Die haben wir schon beim Bus gehabt. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Daily Boost Rodeo. Wir werden da sein. Wir filmen da ein, zwei Lieder. Oh, wird mir jetzt langsam schlecht. Also langsam nervt.